Yo Leute, willkommen zurück zur Sniper Elite mit Florian. Yo. So müde der Boy. Na, eigentlich nicht, aber ich hab mich deinem Tonfall angepasst. Hallo? Ich bin hochmotiviert. Ja, also wenn du hochmotiviert bist, muss ich das natürlich auch sein. Ich muss mich dir anpassen. Ja eben. Ich bin so motiviert, dass ich schon richtig hart am sweaten bin, weil das so abgefuckt warm ist. Ich brauchte hier echt einen Thermometer. Wie war es gestern bei euch? Gestern waren wir bei uns 30 Grad, Alter. Gestorben. Müsste auch schon hinkommen. Vor allem das Geile war ja. Weißt du, wie ich aufgewacht bin? Nein. Nicht irgendwie wegen der Uhrzeit oder so, sondern einfach weil durch mein Fenster, wegen meinem Bettstehen am Fenster, die Sonne reingescheint hat und mir voll auf den Körper so, dass mir extremst warm wurde. Okay. Das ist ein La... Oh, meine Maus funktioniert wieder. Geh, weh. Irgendwie sieht das hier cool aus, auch wenn... Na, okay, geht. Kannst du mal dein... Das im... Die Berge in der Empfehlung, die Sanddünen, so ein bisschen besitzen aus, in der Qualität. Ja. Ich hab erst mich links umgeguckt, das sah ganz hübsch aus, und hab mich nach rechts geguckt und dann so... Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. So hübsch ist der Scheiß nicht. Na nun? Oh. Mann, hast du keine schallgedämpfte Waffe, du kleiner Pisser? Doch. Allerdings hab ich den nicht getrunken gehabt. Schäm dich. Guck mal, ja, wir haben ja Binnoculars, ja? Erstmal... Guck mal, siehst du? Da ist nämlich einer. Ah, den hab ich nicht gesehen, von meiner Position aus. Locker ist hier irgendwo ein Sniper. Ähm... Dieser Typ, so fett, Mann. Geh mal ein Stück nach rechts, sondern nach links, Alter. Die Fertigungsstraße ist zu störanfällig. Die Walen reißt uns den Kopf ab, wenn nochmal was passiert. Ich nehm den linken. Okay. Bist du in Reichweite? Da ist er! Ja, bin ich. Hä, lol, der wurde mir gar nicht angezeigt, dass er mich gesehen hat. Mich hat er gesehen. Da steht nur noch einer. Ich will, dass jede Station rund um die Uhr besetzt ist. Doppelschichten für alle. Mit wem redet der? Ist das nicht die Leiche, die noch redet? Weil das Spiel ja so bugfrei ist. Nein. Oh, hier vorne ist auch noch einer. Da ganz hinten sind noch welche. Unter uns ist keiner mehr. Ich würde sagen, er ist den Rechten da und dann wieder zusammen. Oh, ja. Kannst eben den Nachkampf aushalten. Mit E, ne? Hauptsache, das ist ja die letzte Mission, ne? Ja. Hier spielen wir Sneaky. Ja, einmal muss schon sein. Wow, 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 nein, 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 nein. Wow. Wenn ich hier weitergehe, sieht mich der Rechte da vorne, der markiert ist. Wow, 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 wow. Warte, ich muss eigentlich der Linke. Ne, der da. Ah. Warte, vielleicht können wir hier außen rum gehen. Ja, das geht nämlich. Kommst du hier mit? Lol. Komm mal mit. Moment. Ich hab voll den Sneaky Weg. Sneaky peeky like. Au. Irgendwie würde ich ja schon gerne auf das, was da hinten schießen. Weil mir vorhin an einer anderen Stelle auch gedacht. Oh, warte, die Brücke oben. Oh. Ich hab grad beinahe einer gesehen. Dich oder mich? Mich. Oh. Ich bin noch weit gekommen. Warte, warte, warte. Wow. Oha. So close. War echt. Der kommt. Oh, Mama. Kannst du töten? Jo, konnte ich. Wow. Von hinten. Ihr alle arbeitet für den Triumph des Reiches. Eie, den hab ich null gesehen. Ja, okay. Das war's mit Sneaky. Okay. Oh. 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 Alter, komm mal hier hin. Von hinten. Ja, ich suche doch so halten. Ich will doch nicht so leicht, ich möchte da hochklappen. Oh, ich habe eine geile Idee. Ich kann aber noch so reinrennen, ja. Komm mal runter. Loll, was ist das da für ein... Der ist da absetzen, nicht? Das hier? Ja. Gehen wir jetzt mal durch. Das war hier gerade noch nicht. Das könnte man aufmachen. Von wo? Von dort. Gute... Gibt es nicht? Schade. Das können wir eigentlich über die Brücke laufen. Dann genug weg. Wenn nur einer von euch sich nicht richtig ins Zeug legt, werden alle auf halbe Ration gesetzt. Gar nicht laut, ja, dude. Aber wir passen. Man kann einfach nur den Kopf treffen und ich kriege einfach nur Hitmarker. Ich bin übel schlecht. Ich bin übel schlecht. Ich bin übel. Ich bin übel. Du bist echt. Ich bin übel. Ich bin übel. ab von sniper und dann so häuser kämpfen ne übelgude was für ein COD like da ich hab irgendwas platziert ich weiß nicht wie weit wir weg müssen wie wär und anfangen mit der Markierung was hat mir ein bisschen das Leben gespielt der Wüstengeist höchstpersönlich der Mann der im Alleingang durch Halfaya gezogen hat Hänge hoch! sich nach Siva gestohlen und mit einem Tiger in Katherin duelliert hat und unsere Versorgungslinien unterbunden hat ich bewundere ihre Arbeit wir sind uns ähnlich sie und ich wir sind beide Soldaten wir sind Kriegsarbeiter wir lieben unsere Arbeit wir haben nichts gemeinsam doch beide haben Waffen diese laute Explosion ich hab gar nichts gehört aber ich tun wir sind gerade mit dem Fahrstuhl abgestützt und jetzt geht der runter unser Berg ist nahezu vollbracht wir sind die nächsten wir sind die uns demnächst ich fand daher Beförderung und so bringen gar nichts das ist eigentlich eine Panzerschreck das ist eigentlich eine Panzerschreck du machst das schon ich platziere die mal so ich laufe dir mal hinterher und bestet dich dann einfach hier ist ja nicht mal einer wie hier kein Gegner ist richtig gut da wk 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 Ich habe nur noch wenig Munition. Wie gehe ich denn nochmal decken? Achso, okay. E, R, F, G. Achso, von da unten. Ah, da unten ist Munition. Gebrauche ich. Immer diese Leute, die Munition brauchen. Man geht hin und haut den dann einfach aufs Maul. Ja, aber von irgendwie, keine Ahnung. 30 Meter Entfernung geht das willkommen, dass ich ihn aufs Maul hau. Da musst du ein bisschen dodgen. Alter, was ist denn? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Nee, ich ein gutes. Oh, oh. Ich kann den, warum? Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht weiterlaufen kann. Arbeitet schnell und effizient. Euer Leben hängt davon ab. Ja, das Auto ist gut. Weck ich gerade. So, ganzes Magazin verballert, 1 Kill gemacht. GG. Ich bin gleich in diesem Monster-Panzer drinnen. Das ist doch gut. Rückzug! Oh ne, Sprengladung platzieren. Halt nicht erschützt! Boah! Nun müssen wir abhauen. Was auch nicht beschäftigt. Euer Leben hängt davon abhauen. Daufwunnen! Ich bin erschützt! Nicht schlafen, ich weiß es nicht. Dass ich überstehe. Wiß ich auch nicht. B assigned das Ding. Oh, Bedeutet. Bedeutet, warte! Bedeutet, warte! Bedeutet, warte, warte! Bedeutet, warte! Bedeutet, warte, 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 was ich ein kurt Due? hariert, warte, bei mir. Halt auf mich, Bruder. Ja, wir mussten ja uns im G. Da hinten ist noch einer. Kommt irgendwo da auch. Wurde befördert. Ja, ich hab wieder Enfield-Monition. Easy! Ja, Shiki, natürlich. Klar, kein Problem für den Meister. Los mit dir. Warte, der gehört mir. Ich glaub, der ist schon tot. Ja, ein Schiesel trotzdem noch mal drauf. Geil wär, der wär jetzt rausgekommen und da hätt's ihn noch mal abgeballert. Das wär cool. Und ich. Helfen Sie mir! Ich bin nicht wie Sie. Ich weiß, wen ich töte. Oha, er nimmt seine eigene Munition, weil er cool ist. Hitler kann das sein? Walen ist tot und die Ratte zerstört. Aber der Krieg ist bei weitem nicht vorbei. Es gibt noch viele Ziele, die eine Kugel wert sind. Und Männer, die sterben müssen. Bitte nicht. Dann kommt ja ein vierter Teil raus. Zeit mir einen Auftrag zu suchen. Bitte nicht. Rebellion! Willst du alles vorlesen? Ne, komm, lest's vor. Theo, Jason Kingsley, CTO, Chris Kingsley, Head of Programming, Kevin Floor. Was, Floyer Lee? Oha, du wirst zu langsam. Tim Jones, Head of Art, Chris Payton, Development Team, Production, Senior Production Team. Die Namen kann doch kein bisschen rein aussprechen. Guck mal, da steht Florian. Wir haben gewonnen. Ohja. Das Design Team. So, wer ist für diese tolle Grafik in manchen Stellen so verantwortlich? Ja, kein Florian, hätte ich auch nicht erwartet. Aber ein Daniel, glaube ich, oder? Dead Insider. Ja, das war's, ne? Hat's dir Spaß gemacht? Mir nicht. Doch, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ich glaube, das Spiel an sich ist gar nicht so toll. Aber weil das so scheiße ist, macht das wieder Spaß. Ja. Eigentlich traurig. Ja. Ja. Egal dann, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, glaube ich, bald wieder mit dem Flo. Ja, nämlich bei... Wollen wir uns jetzt sagen, welches Spiel? Ja, mach. Splinter Cell Blacklist. Genau. Und zwar haben wir da gesagt, dass die Perspektive von beiden gezeigt wird. Also auf... ...dem Kanal von mir und auf deinem Kanal. Das ist richtig. Oder, oder wir machen das so abwechselnd, weißt du? Pff... Ja, ich weiß ja nicht. Ja, das werdet ihr ja sehen. Also, haut rein. Jo. Ciao. Ciao.